Hallo Leute und willkommen zurück ich bin's wie immer Jan und ja es geht immer wieder Minecraft Ender Games oder was heißt mal wieder schon wieder ja erst mal wie immer entschuldige ich mich falls man irgendwie Hintergrundräusche oder so hört weil ich ja Fenster auf habe und ja gucken wir mal wie es geht ich dachte mir nicht mal eben schnell eine Runde Ender Games auf weil ich jetzt gleich ins Kino fahr guck mir zwei Filme an und zwar einmal A Million Ways to Die in the West und ja den neuen Godzilla und ja gut haben wir einen Eisender nicht bekommen egal und ja dachte ich mir nicht da vorne marsch kurz was auf und so ja ich muss mich jetzt weinen habe noch ungefähr eine halbe Stunde müssen wir schon los oder muss ich schon los aber geht schon irgendwie genau und weil ich muss gerne noch kurz oh schnell das ist meine oh ja ich hab die Dias bekommen uh das war knapp ähm ja weil ich muss jetzt gerne noch kurz ein kurzes Infovideo machen weil es ist halt heute Samstag und ja wegen Livestream halt weil Samstag streame ich ja immer weil ja ich werde schon streamen also ja ist ja jetzt eh relevant weil das Video erst später kommt also nach dem streamen aber ja ich sag's schon mal ich werde zwar streamen aber erst um 23 Uhr wieder angehen und ja da halt dann werde ich dann halt so ein kurzes Infovideo machen ja nix da ich glaube der wollte das kaputt machen damit ihr die Sachen bekommt ey das sind solche egal hat er ja nicht hinbekommen hat er Pech gehabt wa so ist mir egal muss ich mal vielleicht später noch ein crafting table machen aber das ist dann halt so so oder soll ich den mal hier mal abbauen die crafting table komm ja jetzt hat er Angst wow das hat er total gut gemacht ähm Alter ich muss jetzt nein Tracker komm wieder rein jetzt gut jetzt sind wir bei euch ne oh ne jetzt hab ich halt wieder ein crafting table das wollte ich gar nicht mehr oh man ich bin grad irgendwie ein bisschen durcheinander wie so oft aber hey passiert so den probieren wir uns mal zu holen oh die mal mit ihrem scheiß kängurukit so nervt komm her Alter am Arsch legt der sich da weg so okay ich brauch mal zu warte ich hab was zu essen auch gut ich brauch was zu essen ich hab nix außer dem Inventar aber das will ich nicht essen oh man okay gucken wir mal oh mein Land ist grad irgendwie ein bisschen keine Ahnung komisch sooo was ist da oben guck mal hier mal schnell sooo naja ja ja wir wollen nicht runterspringen damit er keinen schaden nimmt nicht das ist nicht dumm äh so ja ich weiß jetzt geht grad wahrscheinlich wieder ein bisschen wenig sorry dafür so zack zack dann ist weg äh so viel Eisenschwerter brauch ich nicht ähm naja kann das kann bleiben die Milch tue ich mal hier ah Bogen nice äh ok der nächste ist auch wieder weit entfernt ich glaube ich guck mal kurz an mir irgendwas schönes warte erstmal erstmal vorher was mein Fleisch ist weg ok dann hab ich das anscheinend auch zu denen weggeworfen oder so nenne ich mal kurz Fisch aber hier ist ja noch ganz viel zu essen also ganz viel Tiere sind hier so ähm so und das war es auch aber da sind wir schon mal fast voll iron ist doch schon mal gut so zack holen wir uns jetzt mal schwein hier hab mal schon wieder Hunger alter wieder hier ich weiß gar nicht was Milch genau bringt ich glaub dann geht der Hunger irgendwie nicht so schnell weg oder so weil Hunger weg machen schutz nicht deswegen trinke ich mich jetzt auch einfach mal weil ich keine Ahnung hab was es bringt ja ich weiß das macht Sinn total Sinn so schwein komm her brauch ganz viel essen ja komm 6 wird erstmal reichen jetzt geh ich mal such mal den nächsten Gegner hier äh das läuft auf jeden Fall würde ich sagen ganz gut besser als sonst äh sagen wir so besser als sonst am Anfang weil die ersten Runden ich hab das ja jetzt öfter dass ich dann wenn ich dann zweite Runde oder so dann aufnehme dass das ganz gut ist oder so aber jetzt läuft direkt den ersten ganz gut ist doch geil hauptsache ich guck vor allem vorbei ach was soll's vielleicht haben wir ja Glück wenn er bringt sie irgendwie selber um oder so irgendwie cool äh soo gut jetzt brauche ich wieder ein Crafting Table aber sagen wir so es wäre ja nicht schlecht dann hätte ich nochmal zumindest schonmal full Iron soll ich mal soll ich mal der kommt ne der kommt nicht wirklich näher ich glaub dann mach ich mir nochmal schnell ich brauche hier nur ein Holz für so ne der kommt nicht näher gut aber ich hab doch noch Holz boah ich bin hauptsache ich bemerke es nicht dass ich noch Holz hab ähm erstmal tue ich das da dann naaa ach das mein ach man ich hasse das immer genau dann das ist ach man ich muss ein bisschen ich muss ein bisschen mehr auf die Zeit achten manchmal mache ich das also drauf achten okay jetzt werde ich gleich geportet jetzt warte ich mal aber oft ist es auch so wie jetzt dass ich da nicht so nek aber ich hab oh ich hab die doch noch die 5 Iron anscheinend oder ich hab jetzt grad noch welche aufgesammelt das kann auch sein aber dann machen wir uns jetzt mal kurz den Iron Helm so dann nein schweiß den nicht weg Jan komm so zack zack dann weg machen wir auch nicht ähm ich würd sagen das passt dann oder gehen wir uns dort nochmal hier unten hin so gucken wir mal ja mit Dingens muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben mit Laveeimern da fail ich irgendwie so oft ich mein mit Dingens geht es mittlerweile mit äh fast schnell mit ähm mit Feuerzeug weil es auch ein bisschen leichter damit ist wenn man einfach alles am rennen kann aber mit Dingens muss ich es noch ein bisschen üben mit Laveeimer uh das ach am Arsch das war klar naja was solls ähm ich will ach die Erfahrungsfläschchen hab ich nicht mehr erfahrungsfläschchen hab ich nicht mehr bekommen warte so dem würd ich sagen da holen wir uns einen von wenigstens vielleicht würd ich dann erstmal erst erst jetzt schon mal schnell was ach am Arsch schlägt mich vor allem muss ich auch hinter mich achten lol treffe ihn nicht noch ok irgendwie scheint er nicht ganz zu gut mit dem Bogen zu sein haha vor allem auch im Ausweichen nicht ganz so vor allem auch im Ausweichen nicht ganz so Alter jetzt leckt der Sterbe hier wieder oder was so komm her vor allem wird hier so ein Hühnchen deportiert sieht der oh man ey ach komm jetzt rennt der schon wieder weg alle mal am wegrennen man das nervt so nice wir haben Stecke 1 Bogen glaube ich das ist so verzaubert ob Stecke 1 ist keine Ahnung äh ja Stecke 1 Bogen nice uh unverzauberte Eisenbrust alter nice das ist besser ähm so das lassen wir mal die war irgendwie noch ich glaub der Shutting Table ist weg ne da hinten ist auch noch einer ok jetzt ist hinter mir einer ich muss mal schnell probieren jetzt öffne das schnell ja nice haben wir Verzauberes hier Schwert das ist natürlich besser stirb, 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 stirb das wird knapp ja nice gut Finale nice mal gucken vielleicht schaffen wir es jetzt nicht mal in der Aufnahme zu gewinnen aber ich glaub in der Aufnahme gewonnen habe ich noch nie ah jetzt muss ich schnell Sachen wegwerfen hier war nicht nein jetzt kriegt er die auch am Arsch jetzt kriegt er die Dia Sachen oh man ok der ist schusssicher also guck ich mal ob ich noch einen besseren finde weil hier ist ja auch noch ein Verzauberter oh man jetzt kriegt der die ganzen Dia Sachen das ist jetzt mies das ist mies Spiel der ist auch schusssicher ah da nice zumindest eine Dia Sache brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht Angel brauche ich auch nicht ich habe so viel Schott ah ich kann mir ah ähm ich brauche ein Crafting Table da ist einer so und zwar ein Gold Apfel machen das bringt irgendwie so eine Rüstung oder so was ähnliches ne was genau weiß ich immer noch nicht irgendwie was das genau ist sag ich sag ich es mal so ähm oh aufpassen hier ähm so als Fallzeug tue ich mir so ähm Enderperlen so das sollte passen jeder kommt schnell näher ja gut bringt uns jetzt auch nicht mehr viel äh ich lasse den mal auf mich zukommen und ja gucke ich mal wenn er da ist werde ich dann den Apfel essen weil irgendwie macht das jeder immer erst wenn die Gegner da sind und deswegen ah ist hier wieder ein Bogenduell was so spannend ist ha Bogenduell ist so langweilig hab ich kein Bock drauf haha ah mein Gott oh aufpassen mit dem Lava Eimer uh hier ist noch ein Gold Apfel nice ok jetzt kann ich den Gold Apfel doch nicht mehr essen aber das ist egal ja nice ich hab äh nice ja GG hab ich endlich mal eine Aufnahme Ender Games gewonnen geht doch nice äh gut gotter vielleicht doch nicht mehr gegessen braucht ihr aber auch nicht mach ich jetzt im Nachhinein oder auch nicht gut ähm ja gut ich war teilweise ja ein bisschen durcheinander und alles aber ich glaub das sollte gehen ich hab teilweise gleich ein bisschen wenig geredet aber ich denk mal das ist jetzt nicht so schlimm ja keine Ahnung aber nice ich hab jetzt nicht mal eine Aufnahme Ender Games gewonnen geht doch ich glaub jetzt ich weiß gar nicht wie oft ich jetzt schon gewonnen hab müsste ich nur nachgucken soll ich mal kurz kurz kommen ich guck mal kurz nach dann geh ich gleich schnell raus schnell 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 guck mal ich hab eindrichter eindrichter und 200 Coins schon äh da hat hier Ports ja so äh steht da gar nicht haaa dann nein da gewonnen spiele 8 ok 8 hab ich mit euch gewonnen so schnell zurück ich will jetzt nicht mehr spielen beziehungsweise ich hab keine Zeit spielen will ich schon noch aber gut ja ich hoffe wie immer dass der Part euch gefallen hat das Video gefallen hat äh ja ähm ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video lasst die Bewertung da und ich sag's wie immer tschüss bis zunächst mal bei 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 bei